Hast du eine tief abgebrannte Kerze bei dir zu Hause und weißt nicht, wie du sie anzünden sollst? Eine Kerze anzünden ist in der Regel einfach. Bei tiefen Kerzen haben wir diese Möglichkeit. Wir brauchen eine Kerze, eine Nudel und ein Streichholz. Als erstes nehmen wir das Streichholz und zünden es an. Danach nehmen wir die Nudel, halten sie über die Flamme, weil in der Nudel Dörfe sind, die brennbar sind. Entsteht eine Flamme. Nun stecken wir die Nudel in das Glas und halten es an den Docht der Kerze. Nur noch rausholen und die Nudel wieder ausmachen. Achtung, Feuer kann gefährlich sein. Wir übernehmen keine Haftung bei Selbstausprobieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017